... zum Re-Break. Das wäre und das ist der erste Aufschlagverlust von Lindsay Davenport. Das ist alles während dem Tag, keine Frage. Alles offen, das nutzt die Heiskeit aus. Anna Kornikoffer durfte das in diesem Jahr schon zweimal schmerzlich erfahren. Und auch Martina Hingis. 2 Mal, ich glaube 2 Mal, 3 Mal. Hast du nicht gegen Scottsdale, auch gegen Lindsay gespielt? Dann wäre es nämlich Sydney, Australian Open und Scottsdale. Ja, 3 Mal. 4-2, Lindsay hält diesmal ihren Aufschlag. Ihr bester Aufschlag gespielt und Satzball für Lindsay Davenport. Da macht sie kurz einen Prozess. Das geht dann plötzlich hochzuck. Wie üblich, gerade mal 23 Minuten hat es gedauert. Nicht rekordverdächtig. Da gibt es noch schnellere Sätze, die Herr Hingis dann anschließend Mary Pierce erschlägt. Hier haben wir die Statistik. 3 von 4 Prägmöglichkeiten nutzt. Lindsay Davenport. Satz Nummer 2 Mal gucken, ob sie den etwas angenehmer aus ihrer Sicht gestalten kann. Tja, da muss sie laufen und muss am Ende mehr Geld bezahlen, aber kräftig. Das war der 13. Tinte. So flach spielt sie dann mal einen Try. Und die trifft sie dann meistens auch, wie hier. So gut. Also da schlägt die Vorhand zweimal zu und zwar gehörig. Beschrumpft in der Sonne. Unwahrscheinlich wie die Sonne sticht. Bis er so hell, so grellt, dass du der Psychoanalytiker wärst von uns beiden. Da hat sich das 4 zu 1. Jetzt geht es wirklich immer Tempo vorwärts. Ich würde nicht sagen, dass sie bezahlen. Ich würde nicht sagen, dass sie bezahlen. Die Pressekonferenz übrigens ganz launig. Meinte, was wollt ihr auch nicht alle? So schlecht war es doch auch nicht. Na ja. Was hätte ich gesagt? Ja. 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 Ich würde ja gar nicht immer spielen bei den Turnieren. Aber im Doppel natürlich. Da muss man sagen, trunken sich schon gewaltig auf. Ja. Dann ist sie natürlich auch nicht mehr die Einzige, die die Familie ist. Da ist ja meistens auch der ganze Clan mit dabei. Der Papa ist Covid. Das wollten wir sehen, möglichst oft. Dementschwerden. Dementschwerden. Da hat sie sich bereits zur Vorhandseite gestellt. Und. Der Mensch verlust. Der erste Rückhandling hier wieder anzutreten, beim Fed Cup war das ja noch ganz andere Bedingungen. Und die wird auch ganz gut bezahlt hier in der Wüste, der Halbfinaleplatz. Und der wird dann wohl auch bleiben, denn jetzt haben wir zwei Matchbälle. Das war's. Keine Überraschung, eine ganz klare Angelegenheit. Linz Delvenport gewinnt in 47 Minuten. 6-2 und 6-1. Ja, damit steht sie bereits im Finale. Wer wird ihre Gegendin sein? Mel Pils oder Martina Hengis? Ich meine... Ich meine... Ich meine... Ich meine...